Händen ziehen richtig zu unseren 10-Und-Turkets. Den Schalthebel da händen ziehen richtig zu unseren 10-Und-Turkets. Den Schalthebel da händen ziehen richtig zu unseren 10-Und-Turkets. Den Schalthebel da händen ziehen richtig zu unseren 10-Und-Turkets. Bei der Ente den schwarzen Knochen. Den Schalthebel sicher war er auch schon an. Den Schalthebel da händen ziehen. Die Schalthebel sind zu unseren 10-Und-Turkets. Den Schalthebel ist in der 3.1-Turkets. Untertitelung des ZDF, 2020